emerald planes ja die ist ganz gut aber zuerst verteidigt angreifen ist halt wieder blöd bei so riesen maps wo man 1000 jahre durch die gegend rennen muss erst mal schon ich verabschiede mich denn mal ja hollo gute nacht minigold und der hero naja was sagt man kommt bekannt vor der name sagt mir nix ich bin vor dagegen die spaceparks spielen aber die gibt es aber nicht mehr ich weiß nicht ob es die noch gibt du kannst doch nach dem namen suchen in den rainbow statistiken oder steht da nicht auch immer wann 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 die ziel gespielt haben wir müssten ich müsste für die alten videos durchgucken und mal genau gucken wie die hießen dann kann ich das für nacken wenn du das wieder findest das eine video von hunderten es waren ja zwei also ich weiß auf jeden fall dass wir einmal auf einer kanal map gegen sie gespielt haben das weiß ich noch ja ich glaube das war das zweite ja mit zweimal direkt hintereinander irgendwie ging gespielt ich weiß nicht mehr dazwischen das war dazwischen also einmal was auf kanal auf jeden fall das weiß ich aber ansonsten also nur die 78 war ja gut aber ich meine strengste zumindest schon mal ein als das war das eine match das andere weiß ich nicht hier ist verstromt ihr könnt aufmachen aber nicht mit strom gibt es bei der verstromten wand oben der ecke wo man noch planten kann sein der kopfschluss überlebt da habe ich ja bock drauf werden jetzt schon mal melden wenn der letzte auch so blöd ist stehend vor einem fenster die hat mich schon zehnmal umlegen können das ist ja noch zeit könntest du noch drohen oder naja das sagst du so die lichter füste mal schön da rein keine zeit mami kann ich eigentlich die durchfüßen ne schade abhazwäh abhazwäh Das sind Sekunden, ne? Da war's ja, glaub ich. 15 Sekunden left. 10 Sekunden left. Sehr gut. So geht das. Ich könnte mich nicht immer so unter Stress setzen. Das ist... Ich muss nur auf Kopfhörer rüber sprayen. Die kommt schon in die Höcke gerannt. Eigentlich wollte ich das Feuerding zünden. Hätte ich eigentlich vorher schon machen können, aber... Dann läuft sie mir rein. Manchmal muss man einfach Glück haben. Aber der Hero hat mir in Ace versaut. Verdammt. Aber dass die auch alle zu dem Fenster, einer nach dem anderen rauskommen. Wie blöd sind die eigentlich? Man nennt die sich zu zweit an gegenüberliegenden Ecken in den Raum gesetzt. Keine Chance, ne? Aber nein, einer nach dem anderen zum Fenster. Die müssen ja auch immer den Kopf irgendwo hinstecken. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, der Hero, den einen, den er gekillt hat, das war auch einer da am Fenster. Ja, ja. Der hat den am Fenster weggeschossen, ja. Der erste, der am Fenster war, glaube ich, sogar. Also... Ja, da war ich gerade beim Nachladen irgendwie wieder hinten oder so. Und dann hat er einen weggeholt. Aber dass ich sie da rumrennen sehe, ne? Der Bombe, das war halt auch Premium, ne? Sonst wäre es halt auch eklig gewesen. Aber zu wissen, dass er links in der Ecke war. Hat halt auch viel gerettet. Uh, hier geht's doch weit runter. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Witschel haben. Ja, die haben Witschel. Hm, okay. Irgendwo habe ich gerade was zerfliegen gehört. Ich wurde die Scanner entdeckt, so viel war ich eigentlich nicht. Welche Kamera am Arsch, damit habe ich jetzt gescannt. Da hinten hier beide? Wer kann das sagen? Ihr wisst, was er tut hier? Oder laufe ich einfach hinterher? Das hat mich schon wieder fünf Minuten gekostet. Oh, stopp, nö, nö. Das fand ich kein erstes Schockendes, will ich auch nicht mehr. Boah, hä? Boah, hä? Witschel ist in der Bücherei. Bibliothek. Und, äh... Elebei auch. Elebei ist tot. Spur. Und Witschel ist weg. Ich glaube, er ist runtergesprungen. Witschel ist weg. Ich glaube, er kommt von der Bibliothek. Aber ich bin mir nicht sicher. Plante. Ne, plante nicht. Jetzt plante ich. Ich bin blind. Jetzt bin ich blind. und jetzt habe ich gewonnen. Ich dachte erst so, ich ziele ein bisschen tief und er rutscht ja so schön da rein. Manchmal muss man Glück haben. Ich habe die Eleby schön beobachtet, wie sie durch die Gegend gelatscht und dann hatte ich ein Fenster auch gemacht, schon vor Ewigkeiten. Läuft das gerade richtig gut mit Fuse? Ja, Jürgen und ich haben so ein kleines Comeback hier. Ihr LMG ist halt einfach unschlagbar stark, finde ich. Naja, das schießt nicht so schnell, aber es ist halt schon Magazin größer und sehr stabil. Also nicht einer um die Ecke kommt mit der SMG in der Hand, dann ist es ganz gut, weil die Geschwindigkeit ist die einzige Schwäche bei der Waffe. Ja, sicher. Aber dafür hat man eine super stabile Waffe mit viel Munition, was auch echt nichts verachtendes. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte halt, wo du geplant hast, ich flash einfach wie gestört da rein, weil es ist ja egal, du brauchst ja nichts sehen. Das ist eigentlich auch bescheuert, dass es nicht unterbrochen wird. Eigentlich müsste es sein, denn du siehst ja nicht mehr, was du tust. Ja, alles andere wird irgendwie unterbrochen. Obwohl ja, blind schreiben kann man ja schon, muss ja nicht. Ja, aber blind diffusen kannst du nicht. Wobei, da könnte man natürlich wieder argumentieren, ja, da muss man irgendwie ein bisschen was sehen, weil man darauf reagieren muss. Muss man hacken oder weiß der Geier irgendwas, ne, vielleicht. Whatever. Ist einer nach rechts gelaufen. Er ist tot. Ich bin blind. Ja, Entschuldigung, ich hatte losgelassen, weil der plötzlich kam. War noch einer? Überblitz kann ich drüberschießen. Und bei Ying schießt er die... Ah, scheiße. Äh, Treppe, Rook. Orange, Seas. Jetzt, wo ich... Ist mir der Blitz reingerannt, sonst ist ich ihn erwischt. Ah, Fick, genau. Kommt er da oben. Weißt du, anstatt dass der Blitz da schon sechsmal reingeht, weißt du? Ja, vor allem, der rennt so hektisch hin und her, der muss einfach stehen bleiben. Da kann ich an ihm vorbei oder über ihn drüberschießen, weißt du? Aber wenn er so rein, hin und her rennt und... Dieses Affige hin und her... Also, Blitz muss relativ ruhig sein, was die Links-Rechts-Bewegung angeht. Er kann vielleicht nach vorne stürmen, aber er darf nicht so... Gerade an so einem Fenster, ne, der hat doch ein Schild. Da einfach stehen bleiben. Genau wie Monty-Spieler dann immer hin und her rennen, ne, wo ich sage, Alter, bleib einfach stehen. Ja. Halt den Arsch ruhig, ey. Ja, dann exposen die dich hinter ihnen und... Nein, das ist völlig schwachsinnig. Dass die Leute so dumm sind und es nicht geschissen kriegen, halbwegs ein bisschen Teamplay-mäßig zu denken, ne? Weil der andere, der kam unten wieder um die Ecke, den hätte ich gehabt, aber dann rennt er mir rein und ich geb ihm noch ne Kugel an den Rücken mit, weißt? Ja. Protect the bombs. Nice. Weiss. Lass aus! Walls secured! Move- feelings Love Foam glaub! Mach talk Coffee! Ashton wurde aufgeschossen Klang aber weit weg bei mir hier Wow, äh, ja Ähm, Bibliothek Ach, da ist noch einer, da war Sauna Im Hauptgang habe ich gerade Ewan weggenommen Wuhh Äh Springt unten, Ash Erschatze, ist gut Ah ja Wo steht ne Claymore, Vorsicht Ja Direkt am Diffuser Ja Ja, da vorne ist ein Brava Oder ein Nomad oder so Diffuser located Protect the Bombs, disable the Diffuser Die ist hier im anderen Raum Kommt, nein Ach, schade Habe ich auch meinen letzten SMG kill gemacht gerade Mit Ash Sehr gut Ja, siehste Na ja, jetzt den Quark fertig Boah, ey Da habe ich so schön die Schild-Uschi weggenommen Da kommt Brava um die Ecke Ja Heute ist es echt anstrengend Boah, ich finde es geht aber eigentlich Ja, es könnte durchaus schon schlimmer sein Also wir hatten ein paar dabei, die irgendwie verdächtigt waren, aber oftmals haben wir es ja trotzdem geschafft Boah, Alter, die Außenwand ist unverstärkt Ich war gerade von dem Layout irgendwie überfordert Ich wusste jetzt gar nicht genau, was ich zumachen muss Hört ihr, Igel? Ja Habe ich aber weggemacht, den Zero Oh, Hibana Nein, schon wieder Brava, ey Nein Oh, was schiebe ich denn so langsam? Aha, jetzt lässt sich die Stole nicht so offen Schirmen Die Bahna ist hier im Raum, kommt in den Gang Okay, alle hier in der Ecke Planten hier Immer noch da Orientieren sich zu deiner Tür jetzt Vorsicht Hier Sehr gut Äh, ein Gegner ist hier Die weg da rum Schade All Friendlies All Friendlies were eliminated Amica Vera Ich war jetzt nicht mehr in dem Schnelltipp-Modus mit der Pistole Da habe ich nur drei langsame Schüsse abgegeben, statt richtig draufzuhalten Aha, das hat mich gereicht Chink, chink, chink Ja, ohne Witz Oh Gott Äh, da habe ich so schnell Zero getötet und bin schon wieder auf die Schild-Uschi getroffen Dreh mich irgendwie brava schon wieder hinter mir und killt mich, ey, es ist unfassbar Ich habe heute kein Glück mit der Alten, ey Gibt es da irgendwie eins, was so mitten, mitten drin irgendwie ist? Ne, ideal ist ja eigentlich keins, oder? Wir könnten die Wände nach innen eigentlich auch aufmachen, ne, weil Ne, müssen wir ja doch Ja, aber wir müssen ja großzügiger verteidigen, ja Diesmal kill ich brava Die werden wieder dahinten kommen und ich werde wieder da sein Wenn du so downst, lass sie liegen, ne? Ja, ja, klar Nein! Nomad habe ich diesmal Kommt, 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 kommt Derogation, hier ist auch der Diffuser. Ah, hab ich auch's doch geschafft. Ja, wenigstens zwei weggeholt und noch einmal verhört. Ah, der Diffuser liegt hier beim Hero. Könnt da mal die Tür zumachen. Anstatt 100 Jahre da auf ne Ecke zu gucken, wo sowieso keiner kommt. Office, Office, CO. Also den Durchgang, wo du grad geguckt hast, zu machen? Ja, oder da, wo du grad durchgegangen bist. Bei dir, dicht da dran oder so. Vorsicht hier. Meeting. Ich hab's ihm grade zweimal gesagt, er guckt trotzdem nicht in die Richtung, weißt du? Und jetzt grad labert, was für ein Meeting. Piep. Ja, ja, wobei, wenn du hier CEO sagst, wüsste ich auch nicht, wo das ist, ne? Also, weiß man manchmal nicht, wie gut die die Maps kennen, ne? Na gut, das werd ich. Aber das heißt halt CEO, ne? Ja. 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 Ähm. Aber nochmal angreifen. Muss das sein? Pff. Aber der gut funktioniert. Verteidigungen waren kritisch, ne? Da kann ich drauf gehen. Ohaaaah. In diesem Zusammenhang. er ist auch immer so einer der kommen die ecke und hat sich direkt ja der ist auch hier sind alle scheiße alles kommt der gumbert der wird mich hassen habe ich jetzt schon wirklich wie oft durch die wand einfach getötet aber nicht weil er guckt vielleicht kriegt er mich jetzt aber abgelehnt also jetzt haben sie jetzt haben sie echt aber ich habe keine ahnung wo ich bin und wo sie sind sind oben ist sie in der küche aber ich habe keinen weg nach oben aber hier war was warte mal hinter dem glaube ich genau genau hier bin ich nämlich mit cavera fünf mal drüber gesprungen und dann hochgelaufen hier ja klar definitiv cheater ich weiß es ist hier ich weiß es ist hier ja jetzt häng dich hierhin wo ich schon häng du dämlicher spaß die lieber zu dem anderen das andere fenster ist ungedeckt er wird von da gleich weg geholt wenn er so weit nach rechts schwengelt gott agression jetzt jetzt mit und 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 ja der andere ist hier drüben jetzt immer noch hier kommt hier rum und die bombe ist jetzt am schreibtisch weiter sehe ich nicht aber sehr gut klash kommt auch aber die muss ja defuse defuse gebrochen schade ab und gut als 12 kills alle was los mit dir weil du hier heute so schwächelst bist du immer der zwölfer typ einer muss es ja machen ich kann ja nichts dafür wenn die wenn die wenn die mich ständig durch irgendwelche fenster erschießen wenn die wenn die dir von ihren pferden erzählt auch das die kriegen gar nichts ups hast du sie gewartet nein ich habe aus den enter gedrückt und dann habe ich aus den einen gewartet aber nur einen der leider zwei gekriegt ach so hat der eine den einen und der andere den anderen und du nochmal den einen das war doch geschmeidig für wie sie gar nicht so schlecht mit views der bruchte solange ich gespielt habe